Hallo, hallo. Wie heißt du? Hallo. Was machst du hier auf? Ich mache meinen ersten Top-Unsprung. Warum? Hast du keine Angst? Das ist nicht normal. Ich springe auf 4.000 Meter. Ich möchte es gerne ausprobieren. Okay, du kannst heute ein schönes Gefühl haben. Aber sag mir, hast du einen letzten Wunsch? Das habe ich meiner Freundin gesagt. Viel Spaß. Du bist in derzeit! Du hast andere들이 keine Angst. Dauer nich darauf, Augsburg glückterar. Du hast die diagrams. Neue主. Du bistlehne 눈st configuriert. Bis zum nächsten Mal. 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 So Mann, wie war das? Okay, bis zum nächsten Mal. Okay. Wenn du die Chance hast, machst du das nochmal? Ja. Ja. Five, five. Und dann zum nächsten Mal. Okay.